Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück. Heute wollen wir uns unserem ersten Entanglement-Code widmen. Das heißt, wir wollen jetzt hier tatsächlich einen Code schreiben, in dem zwei Quanten oder zwei Qubits miteinander verwurschtet sind, also verbunden sind. Und ja, das ist gar nicht mal so schwer, wie man sich das vielleicht vorstellen würde. Wir können direkt diesen Code hier weiterverwenden, den wir letztes Mal geschrieben haben. Und dementsprechend brauchen wir aber selbstverständlich zwei Qubits hier. So, ich möchte als allererstes Mal mit euch ein paar kleine Aufräumarbeiten machen, damit wir hier auch wirklich vernünftigen Code schreiben und damit das nicht irgendwann sehr, sehr unübersichtlich wird. Und zwar mache ich jetzt mal folgendes. Wir geben hier unten das ganze Return-Statement-Zeug zurück. In unserem Fall wollen wir nach dem Entanglement zwei Variablen zurückgeben. Das heißt, einmal Q1State, das ist der Zustand vom Q oder vom Qubit 1 und der zweite Zustand von Qubit 2, das heißt Q2State. So, und das machen wir erst hier unten. In unserem Using-Statement haben wir drei Schritte. Einmal versetzen wir in unsere Q1 und Q2, das machen wir gleich noch, in Superposition. Dann machen wir Operationen mit ihnen und lesen sie danach aus. Und danach resetten wir sie. Das heißt, wir resetten hier zunächst einmal Q1 und dann Q2. Und selbstverständlich wollen wir sowohl ein Q1 haben, als auch ein Q2. Deswegen erstellen wir die hier als Tuple. Ein Tuple bedeutet im Endeffekt nur zwei Variablen, die auf einmal erstellt werden, beziehungsweise auch mal kurzzeitig wie eine behandelt werden, sozusagen. Und hier bauen wir uns dann einfach nicht nur ein Qubit, sondern eben zwei Qubits. Und jetzt haben wir im Endeffekt ein vernünftiges Code-Layout. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie diese Q1State, also die Variablen, die wir quasi zum Lesen oder zum Messen von den Qubits nehmen, die müssen wir hier noch verwenden oder besser gesagt erstellen. Und das machen wir hier oben drüber, nämlich mit Mutables. Mutable Q1State, was ein Zero ist, erst mal am Anfang. Und Mutable Q2State, selbstverständlich, ist auch am Anfang ein Zero. So. Und selbstverständlich brauchen wir hier beides mal ein Semikolon. Wunderbar. Und ja, jetzt haben wir hier die Möglichkeit, vernünftigen Code zu schreiben, der auch ein bisschen ordentlicher ist. Und was jetzt passiert, ist Folgendes. Wir wollen hier selbstverständlich, wenn wir Q1 gemessen haben, in Q1State, wollen wir selbstverständlich auch Q2 messen. Das heißt, wir sagen hier Set erst mal dazu und nicht mehr Let, weil es keine Variable mehr ist, sondern wir haben hier oben ja schon die Variable quasi definiert. Und wir sagen hier, wir wollen selbstverständlich auch Q2State messen, als Messung von Q2. Okay. Und ja, jetzt fehlt uns eigentlich nur noch ein Schritt, nämlich wir wollen Q1 und Q2, also die beiden Qubits, miteinander verschränken. Wir wollen eine Quantenverschränkung haben und das bekommen wir durch einen speziellen Operator. Und zwar den CNOT-Operator. Der CNOT-Operator, den könnt ihr euch wirklich auf Transistorebene vorstellen, also wirklich auf dem allertiefsten Low-Level. Wir fangen ja quasi gerade erst an mit Quantencomputer. Das heißt, wir programmieren sozusagen Maschinen-Code-Quantencomputer. Und das ist schon ein bisschen sehr Low-Levelig. Und ja, dementsprechend wollen wir hier Q1 und Q2 verschränken. Das Ganze hat enorm viele im Hintergrund ablaufende Prozesse, die wir hier gar nicht alle klären wollen, weil es auch überhaupt nicht Teil des Kurses ist, beziehungsweise zumindest noch nicht Teil des Kurses und noch nicht geplant ist. Aber was das im Endeffekt tut, ist folgendes. Wenn Q1 1 ist, dann setze Q2 auf Q1, ansonsten setze Q2 auf oder ansonsten lasse Q2 auf 0, beziehungsweise setze Q2 auf 0. Das bedeutet im Endeffekt genau das, was ich hier gerade sage. Q2 wird auf Q1 gesetzt. Jetzt haben wir natürlich folgende Situation. Da wir hier oben in dieser Zeile, in Zeile 10, Q1 in Superposition versetzt haben, ist natürlich der Zustand von Q1 absolut nicht sicher. Das heißt, er ist quasi alles auf einmal. Q1 ist gleichzeitig 0 und 1 und zwar bis zur Messung. Das heißt, bis hier unten, Zeile 13. Das heißt, was in Zeile 11 passiert, ist nicht geklärt, nicht definiert und auch wissenschaftlich nicht erforscht. Das Einzige, was wir wissen, ist, wenn wir Q1 messen, dann ist das auch tatsächlich der Fall. Also diese Bedingung hier, dieses C0, das gilt auch tatsächlich. Das bedeutet, wir verschränken diese beiden Quanten und wir wissen immer noch nicht, was Q1 ist. Wir wissen nur, was Q1 auch ist. Q2 ist dasselbe. Und dementsprechend bleibt für Q2 natürlich nur eine Möglichkeit, nämlich als, ja, sozusagen in Superposition versetzt zu werden, ohne dass wir es aktiv tun. Wir versetzen also Q2 in Superposition, ohne dass wir das direkt tun. Und das ist schon eine sehr bemerkenswerte Leistung. So, wie gesagt, das ist natürlich alles nur simuliert. Aber wenn das nicht simuliert wäre, könnten wir jetzt auch hier in diesem Code hier drin, könnten wir Q1 und Q2 so weit voneinander trennen, wie wir wollen und wo völlig anders die beiden Zustände hier auslesen lassen. Und das wurde tatsächlich auch schon im Lab ausprobiert und getan. Ja, man kann die wirklich räumlich voneinander wegbewegen und danach separat voneinander messen. Und diese CNOT-Bedingung hier, die gilt dann immer noch. Also ihr habt quasi gerade mit diesem Code Lichtgeschwindigkeit kaputt gemacht. Also nein, nicht wirklich. Lichtgeschwindigkeit gilt immer noch, aber zumindest nicht für Quanten, zumindest nicht für verschränkte Quanten. Und das ist schon sehr faszinierend. So, jetzt müssen wir unseren Treibercode noch ein bisschen updaten, damit wir das auch wirklich überprüfen können, ob das auch wirklich so ist. Ich gehe mal hier wieder runter auf 1000 Stück, dann haben wir halt ein bisschen mehr Varianz drin, aber das macht rein gar nichts. Und wir wollen hier selbstverständlich nicht nur einen Wert auslesen, sondern zwei. Das heißt, wir gehen hier mal eine Zeile nach oben und wir lesen uns ein Q1 State. Ich schreibe hier die Python-Schreibweise, die schreibt man mit Bodenstrich normalerweise. Manche machen das ganz gerne anders. Aber die offizielle Python-Schreibweise ist immer mit einem Bodenstrich dazwischen. Und genau, dann haben wir hier helloquantum.simulate. Habe ich eigentlich den Return-Typ schon angepasst? Ich glaube nicht. Nein. Ich habe hier immer noch Results stehen. Das wird nicht funktionieren, weil wir hier unten bei Q1 State, Q2 State, geben wir ja nicht nur ein Result zurück, sondern ein Tuple aus Results, also zwei Results im Endeffekt. Und die müssen wir natürlich auch angeben, dass wir das tun. So, und dann bekommen wir hier sowohl das erste Result als auch das zweite Result. Und jetzt überprüfen wir erstmal, ob Q1 State gleich 0 ist. Und falls ja, dann erhöhen wir die Anzahl an Nullen. Falls nein, erhöhen wir die Anzahl an Einsen. Und jetzt machen wir noch eine weitere Sache. Wenn Q1 State gleich ist wie Q2 State, dann erhöhen wir eine Variable, die wir Equal nennen wollen. Equal ist gleich 0. Und sagen hier tatsächlich dazu Equal, und ich benutze jetzt die Kurzschreibweise, Equal plus gleich 1. Und geben das hier unten drunter auch aus. Und das heißt, wir sagen hier Equal, Doppelpunkt und dann den String aus Equal. So, und damit messen wir, wie häufig sind eigentlich Q1 und Q2 gleich. Also wie häufig ist diese CNOT-Bedingung hier eigentlich erfüllt. Und das werden wir jetzt mal ganz kurz ausführen. Und wir sehen hier, wir haben immer noch eine 50%-Wahrscheinlichkeit, dass unser Q1 auf 0 oder auf 1 fällt, die aber wirklich immer noch zufällig verteilt ist. So wie gerade eben auch. Das Ding ist immer noch ein perfekter Zufallsgenerator. Aber wir haben mit dem CNOT-Gate 100% Erfolgsrate. Die beiden Quanten sind immer verschränkt und die beiden Quanten liefern uns immer exakt dasselbe Ergebnis. Egal wo sie sind, egal wann ich sie messe, sobald sie verschränkt sind, sind sie verschränkt. Und das bleibt auch so. Und das ist das absolut Faszinierende bei Quantencomputern. Wie gesagt, das sind nur simulierte Quanten. Das ist mir schon klar. Aber es wäre durchaus denkbar, dass hier das Backend von QSharp einfach an eine API angebunden wird. Und schon hat man echte Quantencomputer zur Verfügung, die wirklich genau diese Operationen so unterstützen, wie sie hier dargestellt werden. Das ist schon sehr faszinierend. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt da gerne selber ein bisschen damit ausprobieren. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.